Hallo meine lieben Kinder. Wiederholen wir jetzt die Familie. Wer ist das? Das ist die Mutter. Wer ist das? Das ist der Onkel. Wer ist das? Das ist die Tante. Was ist das? Das ist der Hund. Wer ist das? Das ist der Bruder. Wer ist das? Das ist die Großmutter. Wer ist das? Das ist der Großvater. Was ist das? Das ist die Katze. Was ist das? Das ist die Familie. Wer sind das? Das sind die Großeltern. Wer ist das? Das ist das Mädchen. Wer ist das? Das ist die Schwester. Das ist die Schwester. Wer ist das? Das ist der Vater. Wer sind das? Das sind die Kinder. Wer sind das? Das sind die Eltern. Und jetzt kommen ganz gemischte Wörter, aber wir haben das bei diesem Thema gelernt. Was ist das? Das ist der Bleistift oder das ist der Buntstift. Was ist das? Das ist das Fenster. Was ist das? Das ist der Ball. Was ist das? Das ist die Tür. Was ist das? Das ist das Buch. Was ist das? Das ist das Märchenbuch. Was ist das? Das ist der Teppich. Was ist das? Das ist das Heft. Dankeschön, meine lieben Kinder. Das war's für heute. Tschüss.